guten tag willkommen zum video und zwar heute zeige ich euch wie man hier was ein fahrzeug hier im omsi ja installieren könnt heute machen wir keinen bus sondern ich installiere mein auto wir klicken auf download download starten komm download starten komm dann starten komm desktop desktop speichern und das wollen wir jetzt mal installieren und zwar wir brauchen diesen ja auch dieses halt nur packen das einfach mal ein bisschen machen bitte ich habe mir gedacht einfach mal einfach mal hier fahren zu lassen da ist ein ordner und zwar da gibt es hier zwei ordner und zwar ist ein fonds ordner da jetzt sind fonds oder das sind elemente drinnen die man so braucht dann gibt es hier vehicles da gibt es diesen bus da gibt es eine ja der bus datei oder ich möchte mit denen gar nicht schildern ich möchte ihn gar nicht nur ein fahrzeug einschmeißen ich möchte nur ein fahrzeug haben und wenn ihr was schildern wollt aber leute die schildern gar nicht die autos aber könnt auch verwenden aber ich will sind das verlieren für installieren lassen und sind sich jetzt nicht ob ich kommt damit klar so und jetzt brauchen natürlich auch eine hochdatei für einen für einen bus ich mache zum beispiel jetzt mal bad killnzau weil bad killnzau ist auch ganz nett den einfach dieses fahrzeug mal einzusetzen und zwar dann probiert ist einfach mal rein fertig und dann schließen das ganze und dann starte ich mal bad killnzau zu zeigen sind wir machen so soll ich meinen katten machen oder so ja schon dann machen wir einen katten so was ihr erstes machen muss und du musst erst mal hier das machen der bus geladen werden kann rein gespawnt werden kann so starten und dann machen wir einen katten so wir sind jetzt im spiel drin und wir haben uns auf gefährt installiert und jetzt wollen die mal spawnen lassen das zeige ich euch mal und zwar busa mäßig ist kein bus ist es heute kein bus sondern es ist ein auto was die leute sagen bevor kommen lassen und mir vorkommen lassen hier er gibt es verschiedene lackierungen optimal ohne was das denn hier orange metallic ich mache mal selber dann hatte ich wieder raus wir sind jetzt hier im spiel reingelandet und da ist unser gefährt und zwar da ist unser lammu unser rennwagen und zwar da ist unser rennwagen heute mal um sie heute rennwagen der mich bekommen installieren lassen und zwar ja hier sieht das gut aus steigen wir kurz mal ein hier was zeigen ja ich kriege die an jetzt ok motors an ok motors an licht an mal licht an machen hier ja jetzt aber an lichter an richtig licht an machen ja ganz nett so natürlich kann ich kann tür aufmachen geil cool jetzt so jetzt probieren wir mal das ding zu fahren muss ich ja ein mann gang ich mal zu fahren gleich auf das ding schon fährt ja funktioniert und zwar ja klar gestellte ja egal warte mal warte mal warte mal ist jetzt stehen wir so machen wir können wir wollen ja die busfahrt hier drin wobei kein gang schalten cool meine güte aber keine rennwagen installierte könnte rennwagen wenn keinen buch auf busse hat dann fährt ein rennwagen ich habe euch gezeigt wie man zum beispiel das installiert und zwar ihr könnt einfach hier fahren ja ganz einfach und immer ja diese pvg türen da aber egal so da sind die schönen reifen hier und so sieht das aus und du hast es installiert ich hoffe mal es hat gefallen und wohin hinbekommt es ganz einfach und zwar man geht hier einfach auf seine seite oder auf diese seite könnt ihr euch dieses fahrzeug runterladen verlinke ich euch könnte ein bisschen spaß haben dann sage ich mal verabschiede mich man sieht sich und tschüss und tschüss viel spaß tschüss